Hallihallo, ich bin gerade auf großer Live-Tour mit Hensslers schnelle Nummer durch Deutschland und Österreich. Ihr könnt gerne mal auf eventim.de mal schauen, gibt noch Tickets hier und da, dann sehen wir uns vielleicht auf Tour. Und jetzt geht's aber los. Hensslers schnelle Nummer, es ist Frühling oder sowas ähnliches. Und heute gibt es ein leichtes Frühlingsgericht und zwar machen wir eine Kartoffel-Kräutersüppchen. Zuerst haben wir jetzt hier Butter im Topf. So, wir haben Butter im Topf, dann, ich weiß gar nicht, was so lustig ist an diesem wunderbaren Tag, dann schneiden wir eine weiße Zwiebel hinten den Schnuffi da raus, so, einfach fütteln, dann blättert die eh von alleine auf, schmeißen die Zwiebel mit dazu, dass sie direkt anschwitzt in der Butter. Und die Zeit nutzen wir, um die Kartoffel zu schneiden. Jetzt ganz wichtig für Kartoffelsuppe, denkt bitte dran, mehlig kochende Kartoffeln, nicht festkochende. Mehlig kochende Kartoffeln garantiert euch die perfekte Konsistenz der Kartoffelsuppe. Und das machen wir an, die Kartoffel schneiden wir in solche groben Würfel und dann kommt die gleich mit dazu. Kartoffeln mit dazu, nach einer knappen Minute würde ich sagen, haben die Zwiebeln jetzt alleine in der Butter verbracht. Man sieht auch dieses ganz leicht Nuss hier von der Butter, dass diese ganz kleinen Flecken von der Molke, die man jetzt hier sieht, wunderbares Aroma. Nicht sich jetzt direkt reinwürzen, so, Pfeffer, Salz von Anfang an, Geschmack mitgeben. Das lassen wir jetzt nochmal so ein Minütchen hier in der Butter schön anschwitzen und dann wird abgelöscht. Eine Minute ist um, jetzt hier, Teelöffel Zückerchen dazu noch. Und was wir dann auch gleich dazu geben, wir brauchen nachher auch Brühe, machen wir jetzt das Brühpulver jetzt schon mit dazu. Komm mal her. So, gibt natürlich auch Geschmack. Riecht man sofort. Abgelöscht mit, jetzt mit weißem Port und Weißwein. So, der Portwein bringt noch so eine leichte Süße mit. Jetzt lassen wir es einmal aufkochen, kräftig verfliegen lassen und dann kommt das Wasser dazu. Das Wasser vermengt sich mit der Brühe, wir haben Geschmack dran. Jetzt runterstellen, dreiviertel Hitze und köcheln lassen. Ohne Deckel. Die Zeit, während die Kartoffel kocht, nutzen wir, um die Kräuter zu hacken. Und da habe ich jetzt hier Kerbel, Schnittlauch und Petersilie. Ihr könnt aber auch noch andere Sachen dazu packen. Weiß nicht, zum Beispiel, Koriander würde ich jetzt nicht nehmen, aber zum Beispiel Pimpernelle oder sowas, Sauerampfer, klassische Kräuter der Frankfurter Grünsoße kann man nehmen, aber die drei sind für so ein Kartoffelsüppchen eigentlich perfekt. Und jetzt hier runterhacken mit Stiel, mit allem drum und dran. Und das kommt erst ganz zum Schluss. Mixen wir die Kräuter rein, dass wir das volle Aroma auch haben. Jetzt testen wir kurz, ob das Kartöffelchen gar ist, weil das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, mit dem Kartoffel drücken wir ein Messer drauf und sehen, jawohl, ist gar. Zurück. Jetzt Sahne dazu. Noch einmal kräftig durchkochen und dann wird gemixt und dann kommen auch erst die Kräuter rein. So, das schaut gut aus. Jetzt machen wir es aus, ziehen zurück. Jetzt könnt ihr einen großen Standmixer nehmen, das reinkippen oder wie ich mit dem Startmixer machen. Auf jeden Fall jetzt schon mal die erste Hand Kräuter mit dazugeben. Dann den Topf nehmen, bisschen anheben, dass der Mixer unten reingeht. Und dann geht's los. Jetzt fein pürieren. Und dann, wenn ihr merkt, das Ding hat richtig gefasst, so wie jetzt, kann man auch wieder hinstellen. Und die restlichen Kräuter noch reinschmeißen. Aber jetzt müsst ihr ruhig ein bisschen Zeit aufwenden, dass das richtig fein püriert wird. Das dauert ein bisschen. So, schauen wir mal, schön grün. Jetzt machen wir oben drauf noch ein bisschen mit dem Mixer hier so, dass wir ein bisschen Schaum haben. Oh, guck mal. Das ist doch Frühling pur. Dann, Kelle, haben wir hier so ein neckisches Töpfchen. Einlage kann man jetzt zum Beispiel Brotcroutons machen. Einfach noch ein bisschen Kräuter oben drauf. Geht natürlich auch, dass man es blank lässt sozusagen. Jetzt hier einfach die restlichen Kräuter vom Brett kratzen. Was ich aber auch empfehlen würde, so was super passt, sind ein paar Krabben rein. So, das war unsere Geschmackssache. Aber das Kartoffel-Kräutersüppchen ist fertig. Guten Appetit. Oh, ist das Samt. Oh, das ist der Geschmack des Frühlings. Wir haben ihn eingefangen. Das ist wirklich... Oh, ist das schön. Das ist so... Das schmeichelt dem Herz, sage ich dir. Nicht nur den Gaumen. Das ist so leicht, fluffig. Kartoffel, die frischen Kräuter. Oh, geil. Ich sage, happy day. Hier ist die Einkaufsliste. Kocht es nach. Das ist der Frühling als Rezept. Wirklich. Oh. Und die Einkaufsliste für unser Kartoffel-Kräutersüppchen. Sozusagen der Frühling im Rezept. Für zwei Versionen braucht ihr drei Esslöffel Butter, eine weiße Zwiebel, 300 Gramm geschälte, meldlich kochende Kartoffeln, ein Teelöffel Zucker, je 40 Milliliter Weißwein und Portwein, 600 Milliliter Brühe, 200 Milliliter Sahne, je ein Bund Kerbel, Petersilie, Schnittlauch, Krabben, wenn ihr Bock habt. Und ich habe natürlich Hänzlers Gemüsebrühe benutzt und Salz und Pfeffer. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.